Jeder macht es, praktisch jeder liebt es. Für viele ist es ein Hobby und für manche gar eine echte Leidenschaft. Du redest von der Fotografie. Du wolltest immer schon mal wissen, wie man professionelle Models shootet oder dein Wissen über die Kunst des perfekten Fotos erweitern, dann ab zur Fotokonvention, Österreichs coolstem Fotoworkshop, bei dem man dieses Jahr auch ein gratis Musikvideoshooting gewinnen kann. Hallo, ich bin der Christoph. Ich bin die Joanna. Wir sind das Team der Fotokonvention. Ihr seht GoTV. Be part of it. Was als kleines Liebhaberprojekt des Fotografie-Enthusiasten Christoph Leder begonnen hat, ist inzwischen Österreichs größtes Foto-Happening. Die Fotokonvention, ein Get-together der Branche mit Starfotografen, Freaks und Enthusiasten, die fünf Tage gemeinsam den niederösterreichischen Schlosshof in einer der schönsten Schlossanlagen der Welt drauf losknipsen. Die Idee der Fotokonvention ist, dass außergewöhnliche Fotografen Teilnehmer in den Workshops unterrichten. Fünf Tage Vorträge und Workshops zu den verschiedensten Bereichen wie Produkt, Beauty, Fashion, Editorial, ein bisschen Architektur mit Stylisten, Make-up-Artists, Beleuchtung zu lernen und die eigenen Fähigkeiten super zu verbessern und in einem coolen Team zu arbeiten. In einer unglaublich genialen Location hier in Schlosshof. Die Community bildet sich hier auf Fotokonvention und das haben wir festgestellt auch nach der letzten Fotokonvention. Also Leute, die sich kennengelernt haben, haben bis heute auch wirklich echt coole Projekte zusammen gemacht. Bei der Fotokonvention lernst du von den Allerbesten. So kannst du etwa Starfotograf Gary Frank über die Schulter schauen, ihr Modelshooter. Mit dabei sind Technikexperten wie Joe Lorek, die dir alles über die modernsten Kameras beibringen, aber auch erfahrene Visagistinnen und Beleuchtungstechniker. Ich finde das eine wahnsinnig spannende, tolle Sache, weil wirklich jeder teilnehmen kann. Das ist für Amateurfotografen, Hobbyfotografen, begeistert bis zum Berufsfotografen. Also wie auch schon letztes Jahr bietet Canon im Zuge der Fotokonvention die Möglichkeit, unser neuestes Equipment im Foto- und im Videobereich auszuprobieren. Ich bin Make-up-Artistin auf der Fotokonvention und wir sind für das Styling und für das Make-up der Modelle verantwortlich. Ich bin total froh, dass ich wirklich wieder teilnehmen kann. Es ist so viel Arbeit, aber es macht irrsinnig viel Spaß und ich muss sagen, Leute, kommt's! Und da man mit modernen Spiegelreflexkameras ja inzwischen auch hochprofessionelle Filme machen kann, gibt es auf der diesjährigen Fotokonvention auch einen Schwerpunkt zum Thema Musikvideos. Das ist bei Kolob und Gerst, zwei tolle Fotografen aus Deutschland, die bekannt sind auch für ihre Videotätigkeit und das immer mehr und mehr professionalisieren, wie auch in der Fotografie der Trend hingeht, zu bewegten Bild oder die Kombination daraus. Darum haben wir uns entschlossen, heuer gemeinsam mit GoTV dieses Projekt Musikvideo ins Leben zu rufen. Also, deins schnell bewerben auf GoTV.at gewinnt euer professionelles Video-Shooting und wenn du bei der Fotokonvention vom 14. bis 18. Juli teilnehmen willst, findest du alle Infos auf www.fotokonvention.eu.